Ich war noch ein Kind, als ich Mohammed Adi zum ersten Mal sah. Und ich merkte, wie die Menschen zu ihm aufblickten und wie sie lächelten. Da habe ich mir geschworen, genauso möchte ich einmal sein. Ich will Weltmeister werden. Warte doch mal, Maiki! Du musst doch nur... Keine Bewegung! Mach dir ja nichts in die Hose! Ich bin's doch nur, Doc! Also verdammt nochmal, wo warst du so lange? Da sind sie. Geh da hin und erledige sie. Ja, erledige sie, Mann. Mach sie fertig, Maiki. Die Show kann beginnen. Was soll denn das? Los, 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 los! Leid, Heiko spielen! Los, Mann! Ja, ja! Gut, ja, ja! Hier ist die Freude! Geht hier, Lothar! 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 Was ist denn da? Wir müssen abhauen, Tito! Scheiße! Komm mit! Ich rufe die Polizei! Nein! Ich rufe das Park! Das ist für eine Zeit! Da nimmt eben keiner in Wart. Musik Ihr zwei werdet noch zu spät kommen, wenn ihr euch nicht beeilt. Machen wir ja. Wir beeilen uns. Wiedersehen, lieb. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, kommt heute Abend rechtzeitig. Ich habe eine Überraschung für euch. Was denn für eine Überraschung? Ja, ja, richtig. Ist Mom zu Hause, Lisa? Sieht's hier so aus? Nein. Michael Joe Tyson, du bist der schweren Körperverletzung für schuldig befunden worden. Schuldig, schwere Körperverletzung. Unerlaubter Waffenbesitz, schwerer Diebstahl. Schwerer Raubüberfall. Schuldig im Sinne der Anklage. Besitz von Hähnerware. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Michael Tyson, du wirst eingewiesen in die Tryon Jugendstrafanstalt. Wie heißt der Junge? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Du hast doch mit Bobby gesprochen. Er hat nur gesagt, wir sollen uns den Jungen mal ansehen. Etwa Bobby Stewart? Ja, ja, der von der Tryon Jugendstrafanstalt. Na toll, das hat uns gerade noch gefehlt. Noch ein jugendlicher Krimineller. Was hat der Junge angestellt? Frag lieber, was er noch nicht angestellt hat. Ist fast vierzigmal verhaftet worden, bevor er zwölf war. Vierzigmal? Herrgott, nicht mal El Capone ist vierzigmal verhaftet worden. Ein schlimmes Kerlchen zu sein. Kannst du laut sagen. Hat er keine Mutter? Natürlich hat er eine Mutter. Kommt aber mal vor, dass sogar eine Mutter das Handtuch wirft. Bobby erwartet doch nicht etwa, dass ich den Jungen mit zu mir nach Hause nehme, oder? Also Bobby erwartet gar nichts. Du sollst ihn dir noch mal ansehen. Alles in Ordnung, Cass? Ja, mir geht's gut. Geht schon, ich komm nach. Komm, Kevin. Ist er das? 1,75, 180 Pfund. Das ist er. Er ist ganz schön kräftig. Ja, ich hatte so'n schmächtiges Jüngerchen erwartet. Womit fütterst du den bloß, Bobby? Mit den üblichen Steroiden und mit Puff reißen. Er hat nicht viel Stil, aber zuschlagen kann er. Und wie er das kann. Der Knabe schlägt wie Joe Frazier. Ist ja irre. Hört mal eine Sekunde auf. Wie heißt du, mein Sohn? Mike. Mike wie? Mike Tyson. Mike Tyson. Na gut, mach weiter. Und was glaubst du? Was ich glaube? Dass der Harter unterbarmungslos zuschlägt. Da steckt was dahinter. Tja, also. Das hier ist unsere Seite, verstehst du? Was wollte ich eben sagen? Oh. Ja. Mach dir keine Sorgen, dass du Angst hast, wenn du in den Kampf gehst. Wenn du keine hast, mach dir Sorgen. Angst ist der Freund von jedem Sportler. Fahr langsam. Siehst du das Haus da drüben? Das ist dein neues Zuhause, Mike. Fahr hier rechts rein. Rechts. Langsam. So, das ist der. Komm, nein. Jetzt mach ich ganz viel zu Hause. Camille. Ich möchte dich hier vorstellen. Camille. Sag Mike Hallo. Mike ist Boxer. Na komm. Mike. Das ist Camille Ewald. Sag schon, freut mich sie kennenzulernen. Freut mich sehr, Ma'am. Hm. 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 Schon gut. Jetzt sei nicht sauer. Ich weiß, es ist doch einer mehr, den wir durchfüttern müssen. Aber 200 Dollar im Monat extra könnten wir gut gebrauchen. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Ist Camille ihre Frau? Nicht direkt. Es ist ihr Haus. Ich glaub nicht, dass sie mich hier will. Was wegen eben? Sie ist nur ein bisschen schüchtern. Das ist alles. Zieh dir das an. Ich sag dir, wenn ich den Lümmel erwische, fehlen ihm ein paar Zähne zum Lächeln. Kannst du mir glauben. Weißt du, hier wohnen ein halbes Dutzend Boxer. Da ist es wichtig, dass jeder ordentlich ist. Also das hier wird dein Zimmer sein. Wir müssen dir einen Wecker besorgen. Wer hat da mein Eis aufgegessen? Lass dich ja nicht von mir dabei erwischen, dass du dich an meinem Eis vergreifst. Niemals! Was ist der Unterschied zwischen dem Helden und dem Feigling? Es gibt keinen Unterschied. Im Grunde sind beide genau gleich. Beide haben davor Angst zu sterben oder verletzt zu werden. Aber was der Held tut, macht ihn zum Helden. Und was der andere nicht tut, macht ihn zum Feigling. Scheiße! Wenn zwei Männer in den Ring steigen, verdient es nur einer zu siegen. Wenn du in den Ring steigst, muss dir klar sein, dass du den Sieg verdienst. Gut. Du musst wissen, dass dir das Schicksal den Sieg schuldet, weil du härter als dein Gegner trainiert hast. Du warst härter beim Sparring. Du bist mehr gelaufen. Du bist früher aufgestanden. Ich weiß, dass du nicht schläfst. Ich weiß, dass du mich verstanden hast. Und vergiss nicht, drück immer dein Kinn runter auf die Brust. Es ist mir egal, ob du auf der Straße rennst oder irgendwo rumstreulst oder einfach fern siehst. Drück immer das Kinn nach unten. Und deine Augen, seh nach oben und nach vorn. Rocky Marciano lässt sich mit einem Wort beschreiben. Zähigkeit. Nur 187 Pfund. Aber bis heute ist er der einzige ungeschlagene Schwergewichts-Weltmeister. Wie das kommt? Weil er sich niemals vorstellen konnte zu verlieren. Er verschwendete keinen Gedanken daran zu verlieren. Zu keiner Sekunde. Achte nicht auf die Handschuhe. Achte auf seine Brust. Wenn du den Handschuh beobachtest, bist du tot. Wenn sich seine Brust bewegt, tauchst du blind schnell ab. Joe Louis mag nach außen hin ruhig gewirkt haben. Aber in seinem Inneren war ungebettigte Mut. Er war ein Schwarzer in der Welt des weißen Mannes und die hasste er. Seine ganze Umgebung und das 24 Stunden am Tag. Bleib ständig in Bewegung. Dein Kopf ist nie da, wo er ihn zuletzt gesehen hat. Du gibst ihm ein Ziel und wenn er ausholt, ist es nicht mehr da. Verstehst du? Dann kommst du und kommt das. Fünfmal in die Rippen. Ne, du Blätter an den Kopf. Klar? Ja. Gut, weiter, ja? Wirst du dich getroffen, verlierst du auch nicht. So einfach ist das. Versteck dich hinter deinen Handschuhen und bleib ständig in Bewegung. Da kann niemand einen Treffer bei dir lachen. Lügen und listig sein. Und immer täuschen. Darum geht es. Verrate nie jemandem deine wahren Absichten. Weltmeister im Kämpfen sind Weltmeister im Lügen. Die Besten der Welt. Wer hat mein Eis gegessen? Wer hat mein Eis gegessen? Wer hat verdammt nochmal mein Eis gegessen? Mike. Ich weiß ja, ich weiß. Was ist passiert? Mike's Mom ist gestorben. Oh, scheiße. Ich kann nicht... Er muss mit dem Bus nach Brooklyn fahren in die Stadt, ja. Klar. Ich weiß, wie du fühlst. Ich hab meine Mutter auch fahren. Warum ist zu nie? Ich bin zu. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja. Was willst du jetzt machen? Kommst du wieder nach Hause, Mike? Nein, ich hab ihn zu Hause. Hi, Mike. Hey, Jamie. Was machst du? Ich baue einen Taubenschlag. Ich hab das von deiner Mom gehört. Hey, Mike. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Jamie? Okay, Onkel Teddy. Also, ich gehe jetzt. Tauben, hm? Mein alter Herr hat sie immer fliegende Ratten genannt. Wie war die Beerdigung? Ja. Mike? Weißt du, was ein Profi ist? Jemand, der für Geld... Das hat nichts mit Geld zu tun. Ein Profi ist einer, der immer Leistung bringt. Egal, wie es in ihm drin aussieht. Was auch immer sein mag. Er. Was ist das? Es gehört dir. Mohamed Ali hat's mir geschenkt und ich schenke's dir. Nimm's mit zu den Junioren-Spielen. Was ist los mit dir? Heidi, ich hab's nicht jagen. Wovor hast du Angst? Dass ich Kass enttäusche. Du wirst niemanden enttäuschen. Du hattest schon viel härtere Gegner. Sieh dir den Typ da an. Sieh ihn dir mal an. Meinst du, der hat keine Angst? Natürlich hat er die. Komm schon, was hat Kass gesagt? Weißt du noch, was er dir über Angst gesagt hat? Er hat gesagt, benutzen. Und wie geht das? Ich soll aus meiner Angst Wut machen. Gut, mach das. Was wirst du tun, wenn du in den Ring steigst? Ich eröffne mit ein paar Serien. Und eine 7. Ja, mit dem Kinn runter und nach oben gucken. Und was machst du dann? Eine 2. Ich schicke eine Doppelte. Und was kommt dann? Eine 5. 7, 2, 5. 7, 2, 5. Ich geh in den Mann rein. Und was machst du im Infalz? Dann will ich loslegen wie ein Wahnsinniger. In Offen. Und jetzt gewinnen wir den Kampf. Ich geh in den Ere. 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus, geschafft, Jim. Ganz ruhig, bleib ganz ruhig liegen, ganz ruhig, nicht bewegen. Wird er wieder gesund? Er wird schon wieder. Acht, wieso acht? Die Junioren kämpfen doch nur drei Runden. Nein, acht Sekunden. Ha, acht Sekunden? Was hat er getan, den Mann erschossen? So ungefähr. Die sagen, das wäre ein neuer Rekord bei den Junioren spielen. Die beruhigen sich gar nicht wieder. Und wo ist er jetzt? Er ist immer noch im Ring. Sie sagen es gerade an. Klar, der Ring ist voll von Leuten. Fort, nimm das nächste Flugzeug. Aber... Verdammte Haie. Kas? Weißt du, tja, Mike, na ja, er... Was ist mit Mike? Da seine Mutter jetzt gestorben ist, dachte ich, ich hab mir überlegt. Ob du ihn vielleicht adoptierst? Ja. Klingt verrückt, ich weiß, aber... Was meinst du? Da sind wir, Kas! Halt an! Halt an! Hey, Kas, ich hab's geschafft. Genau wie du gesagt hast. Ja, aber... Acht Sekunden? Warum so lange? Ich bin stolz auf dich, wirklich stolz. Komm, Mike, lass uns den Kram reintragen. Ich hab' nachgedacht, wenn du weg warst. Ich und Camille, beide genauer gesagt. Worüber? Was hältst du davon, wenn wir... ...deine Vormotschaft übernehmen würden? Was? Du meinst adoptieren? Ja, sowas in der Art. Das wär' toll, gern. Gut, mein Junge. Michael, meinen Glückwunsch! Ich hab's geschafft! Camille, war das ganz ernst gemeint, was Kas... Kas meint immer alles ernst. Und... ...stimmt es auch, was er eben... ...was er über sie... Mhm. Also, dann... ...dann, ich meine, dann... ...darf ich dich... ...Mamen nennen? Darüber würde ich mich sehr freuen. Und was wollen Sie von mir? Er braucht Sparringpartner. Was ist mit Ihren anderen Leuten? Ach, er braucht richtiges Sparringpartner. Er hat alle meine Jungs fertiggemacht. Das ist ein Risiko, Kas. Heute einen neuen Boxer aufzunehmen, ist nicht billig. Für mich ist alles ein Risiko. Aber wir sprechen hier vom nächsten großen Schwergewichtsweltmeister. Meinen Sie das ernst? Denken Sie an meine Worte. In der Geschichte des Boxsports... ...wird man Mike Tysons Namen neben Dempsey, Marciano und Jules nennen. Das ist ein ziemlich exklusiver Griff, Kas. Mike, sag mal, was machst du hier? Mike? Ja, ja, komm, komm mal. Nur mal kurz. Siehst du den Mann hier? Das ist der faireste Mensch, den ich kenne in diesem Betrügergeschäft. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mein Sohn, seit wie lange? Zwei Wochen? Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Hallo, Mike. Freut mich sehr, Mr. Jacobs. Bitte. Jimmy. Einfach Jimmy. Das ist mein Partner, Bill Caton. Mike, ich habe bei den Olympischen Jugendspielen deinen Kampf gesehen. Das war eine reife Leistung, wirklich. Danke, Mr. Caton. War wirklich eine Freude. Bill und Jimmy managen Boxer, Mike. Und sie wären nicht hier, wenn ich ihnen nicht vertrauen würde. Ja. Mit solchen Freunden musst du dich umgeben. Die ersparen dir eine Menge Schwierigkeiten, glaub mir. Wenn du Champ werden willst, musst du eine Menge Disziplin sein. Der nächste Schwergewichts-Weltenmeister? Mit was für einem verdammten Kerl hast du geredet, Mann? Hat dir das etwa dieser weiße Typ erzählt? Weißt du, der bläst dir doch bloß Zucker in den Arsch. Das weißt du doch, oder? Mann, es gibt wahrscheinlich 10.000 von euch kleinen Ghetto-Nägerlein, die alle irgend so einem beschissenen Traum nachjagen. Und jeder einzelne von euch gehört wahrscheinlich zu so einem sabbrigen Leuteschinder, der auf euch rumreitet und denkt, dass er Anglo-Vollidiot-Dundee ist. Er heißt Angelo-Dundee. Ob Angelo oder Anglo, ist doch egal. Zum Kotzen. Lass uns nach Hause fahren. Die Scheiße ist deprimierend. Wie oft willst du es noch versuchen, bevor du es endlich aufgehst? Hey, wartet doch. Hey, ihr! Scheiße, die laufen hier weg. Jo, jo, jo! Mir gefällt die rechte, Mann. Verdammt, die haben wahrscheinlich Angst vor uns. Was? Hey, hallo, ihr! Was machen die denn? Ach, gib's auf, Mann. Sie müssen hier reingegangen sein. Komm, Mike, sie sind nicht hier. Lass uns gehen. Ich weiß, dass sie hier sind. Sie verstecken sich nur. Ach, komm, die sind weg. Was wollt ihr? Verdammt, Mann, das ist doch idiotisch. Reingehen! Hey, ja, was soll denn das? Raus da! Hey! Hey, was machst du hier denn? Der ist da einfach durchgegangen. Komm, jetzt die Scheiße ist nicht mehr cool, Mann. Hey, raus hier! Raus mich nicht an! Lass mich in Ruhe! Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Mach das hier raus! Raus, komm! Hallo! Die Polizei, bitte! Ihr seid doch alle gleich! Ich rufe die Polizei! Leck mich doch am Arsch, du blöde Kuh! Ich rufe die Polizei! Es wird doch scheißegal! Was ist denn weg hier? Mach das hier raus! Du kannst mich mal! Irgendwann gehört mir dieser Laden! Was willst du denn tun, hä? Polizei! Ja, mein schwarze Hund? Ja, komm jetzt! Ich schlag hier an! Luf das Spitzer! Sag mal! Was ist denn los mit dir, Mann? Scheiße! Los! Los, komm! Weg hier! Ihr Schnurren wurde zu finden! Es wäre nicht so schlimm, wenn es das erste Mal wäre. Aber es ist ja inzwischen System geworden. Erst baut er Mist, dann verschwindet er. Er baut Mist und verschwindet. Wie lange ist er jetzt schon wieder weg? Drei oder vier Tage vielleicht? Und wissen wir, wo er ist? Lappalien, Teddy! Lappalien? Letzte Woche hat ein Lehrer in der Schule bedroht. Letzten Monat hat eine minderjährige Schülerin gebumst. Wir müssen ihn einfach aus der Schule nehmen. Er soll von der Schule gehen? Offensichtlich hat die einen schlechten Einfluss auf ihn. Er ist in der zehnten Klasse. Ich bitte dich, er kann doch nicht... Für ihn ist einzig und allein ein Umfeld wichtig, das ihn dabei unterstützt, ein Meisterboxer zu werden. Und was ist, wenn es mit dem Boxen mal nicht klappt? Was ist, wenn er tatsächlich meine Arbeit finden muss? Hast du deinen Vortrag bald beendet? Er braucht Disziplin, Kass! Er sollte hier keine Sonderrechte mehr haben. Du weißt, ich habe zwei Weltmeister trainiert. Willst du mir sagen, was ich tun soll? Du hättest jeden anderen Boxer, der sich so aufführt, schon lange rausgeschmissen. Ich werde doch nicht meinen besten Boxer rausschmeißen. Ich bin doch nicht verrückt! Teddy, du hast Besuch! Ich habe zu tun! Nein, ich sage dir, was verrückt ist. Es ist verrückt, dass du ihm Narrenfreiheit gibst. Nur weil du fürchtest, dass er abhaut, wenn du es nicht tust. Ich weiß, wie ich meine Sporthalle leite. Unsere Halle! Weißt du noch, Kass? Es ist sechs Jahre her. Unsere Halle! Teddy! Was ist? Deine Schwester ist hier! Was ist los zum Teufel? Ich habe zu tun. Ich bin schwanger von diesen Typen. Mike Tyson? Ja! Habt ihr dich richtig verstanden? Du bist schwanger? Von Mike Tyson? Verflucht nochmal! Dieses miese Schwein! Ich werde diesen Schweinehund totschlagen! Ich bringe ihn jetzt recht! Ich werde mich darum kümmern. Gehen wir, kommt! Wir gehen, na los, kommt! Wenn ihr zulasst, dass man euch ablenkt, lasst ihr zu, dass ihr versagt! Macht euch wieder an die Arbeit! Du mieses Schwein! Jetzt bist du zu weit gegangen! Du weißt, was ich meine! Du weißt genau, was ich meine! Was? Meinst du Jamie? Genau, Jamie! Mann, ich hab Jamie nichts getan, was... Quatsch nicht! Ich weiß genau, was du getan hast! Nein, Mann, sie ist mir nachgelaufen an die... Sie ist mir nachgelaufen? Sie ist noch ein bescheuertes Kind! Du Mistschwein! Wenn du noch einmal meine Familie so respektlos behandelst, dann bring ich dich um! Das kannst du mir glauben! Ich schwör dir, bei Gott! Ich werde dich umbringen! Also, wenn du willst, dass ich Angst kriege, dann werde ich mir Mühe geben. Ach, du glaubst mir nicht! Sag's ruhig! Du glaubst mir nicht! Das hat doch jemand geschossen! Was zum Teufel sollte ich tun, Jimmy? Er hatte eine Kanone! Ja, er hat abgedrückt! Nein, nicht direkt auf ihn! Er wollte ihm wohl nur Angst machen! Trotzdem ist das Verflucht doch mal der falsche Weg, was zu klären! Er behauptet, Mike hätte versucht, seine kleine Schwägerin anzubumsen! Ja! Ich glaube, ich... Ich muss mir wohl einen neuen Trainer suchen, ne? Komm, mach jetzt! Fünf, fünf, sechs! Ich werde nie ohne Angst in den Ring gehen und kämpfen, aber Angst ist der beste Freund eines vernünftigen Sportlers. Was ist das für ein Gefühl, als Profi, um Geld zu kämpfen? Ich fühle mich dabei toll! Heißer! 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 Tyson, das Produkt deiner Kombination aus Geschäftssinn und starken Fäusten. Tyson startet auf seiner Trommee wie ein Wirbelsturm. Töne, Mike! Respekt vor Tyson wird größer und größer. Tyson, D'Amato, ein erfolgreiches Paar. Zähn ihn aus! Zähn ihn aus! Alles klar? Wirklich? 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 Klasse, klasse! Sechs, sieben, acht, null, aus! Kass! Die Besuchszeit ist vorbei. Warten Sie! Warten Sie, Sie können da nicht mehr rein! Hören Sie, ich muss Ihnen sehen! Nein, Sie können da nicht rein! Ihr braucht jetzt dringend seine Ruhe. Die Besuchszeit ist vorbei, wenn Sie morgen wiederkommen wollen. Kass! 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 Es geht ihm nicht besonders gut! Wenn du mich nicht schlafen lässt! Wenn du mich nicht schlafen lässt! Komm schon, Mann! Du musst gesund werden! Du musst es bitte! Ich... Ich baue doch nur Mist ohne dich! Ich kann nicht weitermachen, wenn du nicht an mir rumnagelst! Du machst weiter, Mike, und wenn nicht, wenn du wieder Mist baust, dann kehre ich von den Toten zurück und versuch dir den Arsch! Du musst dich nicht schlafen, wenn du nicht schlafen willst! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er ist Iron Mike Eisenberg. Ich bin mein großer Vorbild Kasten Arthur. Er wird von oben zusehen und allen großen Boxern erzählen, seht ihr, mein Junge hat es geschafft. Was war für Sie das Wichtigste, was Kassi Ihnen beigebracht hat? Kass hat immer gesagt, der Charakter ist entscheidend. Hey, Mike, gefällt dir die Scheiße, Mann? Du, Mike, gefällt dir die Scheiße? Ich bin der Weltmeister. Ich fände ihn jeder. Wir gehen auf der Welt. Ich nehme es mit allen auf. Okay, pass auf. Pass gut auf, ja? Abtau. Linke haken auf die Rücken, siehst du? Peng, 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 sieh dir die Scheiße an. Rechte Bombe an den Kopf, immer und immer wieder. Der kriegt kein Lecher mehr. Verdammt, nochmal, schalt um. Hey, schalt sofort wieder um. Herrgott, hast du das gesehen? Ja, immer wenn die Linke kommt, fällst du eine Rechte runter. Das musst du dir merken. Verdammt, nochmal, Mike, schalt wieder um. Das ist ja wohl alles ein Weg. Mike, du wirst gegen diesen Burschen antreten. Wo ist mein Essen? Du hast doch gerade gegessen. Aber ich hab Hunger. Gib mir das verdammte Ding. Er zieht sich in die Ecke zurück. Mike, hör auf, was? Gib mir, gib, gib mir die verdammte... Im Gesicht ist er doch schon ziemlich gezeichnet. Verfluchter Dickschädel! Was ist in letzter Zeit bloß los mit dir? ...fieberhaft gearbeitet. Was willst du haben? Spaghetti, schräg? Mach mir ein paar Maiskuchen. Und schwarze dicke Bohnen. Und als Beilage ein paar eine Reihen von dem Blödmann. Was für ein Fraschall das sein? Du weißt doch, dass ich sowas nicht kochen kann. Vorsicht, Beufi, die Kaiserin hat kein Kleid an. Dieser Vollidiot. Ist jemand zu Hause? Hey, Jimmy, Bill! Na, wie geht's denn? Na, kann ich klagen. Hallo, Jimmy. Kevin, was ist mit dir los? Ich komm mir vor, als würde ich versuchen, Felsenberg raufzutragen. Das ist los. Hey, Mike! Jimmy, Mann, schön, dass Sie da sind. Na, wie geht's dir? Danke, gut. Und schon bin ich durch. Ach, tun Sie mir nicht weh. Wir wehtun, hä? Und, warst du brav? Das wissen Sie doch. Ja, machst keine Schwierigkeiten. Du hast also einen Tripple, hä? Ach, das ist keine große Sache. Was? Die Krankheit, oder wo du dir's geholt hast? Ja, beides. Nein, im Ernst, Mike. Ich meine, es gibt einen Haufen Sachen, die dir gefährlich werden können. Und du gehst viel zu viele Risiken an. Mann, das war nur so eine Phase. Die Scheiße habe ich hinter mir. Natürlich, klar. Orgien sind nicht mehr gefragt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich möchte mich wirklich ernsthaft verlieben. Ich möchte eine Beziehung haben, wie Sie mit Lorraine. Ein paar Kinder. Kinder? Du willst Kinder haben? Natürlich, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Jimmy, ich hab heute das allerhübscheste Mädchen gesehen. Mann, sie hatte Klasse und war elegant. Ich mein, sie hat mir einfach mein Herz gestohlen. Ich glaub, sie ist Robin. Kommt sie aus dieser Gegend? Nein, ich hab sie im Fernsehen gesehen. Im Fernsehen? Was ist, Mann? Ach, komm. Ja, ist Robin Givens da? Guten Abend, könnte ich vielleicht mit Robin sprechen? Hallo? Verdammt. Verdammt. Hallo Robin, hier ist Mike. Mike Tyson. Hallo, zweiter Versuch. Wie, wie bitte? Hallo, ist ja wie bei einer anonymen Telefonparty. Ähm, ist, ist da Robin? So heiß ich seit meiner Geburt. Und mit wem spreche ich? Ähm, mit Mike Tyson. Mike Tyson? Der Boxer? Ja, genau. Das ist ja ne Überraschung. Und ne gute, hoffe ich. Bisher schon. Was verschafft mir das Vergnügen ihres Anrufs, Mr. Mike Tyson? Naja, ich hab ihre Arbeit schon seit langem bewundert. Und ich hab mir gedacht, vielleicht könnten wir, wissen Sie, uns irgendwie mal sehen. Ich meine... Soll das bedeuten, dass Sie hoffen, dass wir uns kennenlernen? Äh, ja, ja, genau. Ich dachte, ich könnte vielleicht zu Ihnen fliegen und Sie besuchen, wenn es Ihnen recht ist. Ja, 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 ja. Was soll das? Nun mach schon. Break! Er tut's nicht, er macht seine Arbeit nicht. Was ist denn mit ihm los? Nicht klammern, nicht klammern, hört ihr? Und Box! Nicht klammern! Na komm schon! Was ist denn los? Macht Hetro, ne Vierer-Serie! Was soll das? In eure Ecken, macht schon, sofort! Macht schon, macht schon! Komm in die Ecken, halt hoch! Du hältst das Kinn hoch wie ein Lama! Warte nicht auf einen Wunderschlag, bearbeite den Körper und danach den Kopf! Hey, weißt du, was passiert, wenn du heute Abend verlierst? Weißt du das? Meine kleine Freundin wird mit dem Typ da drüben nach Hause gehen und mit ihm die ganze Nacht lang eine ganze Menge Dinge anstellen. Und weißt du warum? Weil sie nur aus einem Grund hier ist. Der Teufel! Sie will mit dem Feldmeister hier sein. Sie ist nicht wegen Ira Maike hier, sie ist wegen des Champions hier. Und ihr ist verdammt nochmal egal, wie er heißt, solange die Menschen ihn Champion nennen. Eike! Das ist es, ja! Kombination! Mach ihn fertig, ja, ja! Mach ihn fertig, Mann! Break! Ja, Mike! Break! Klasse mit einer Viererserie! Das ist es genau da von neben dir, ja! Los, los! Ja! Mach ihn fertig, Mike! Break! Auseinandersetzen! Gehen wir weiter, weiter weg! Genau, genau! Nein, das ist ja wahnsinnig! Aufhören, aufhören! Ja! Die ausführliche Entscheidung lautet, der alte und neue Weltmeister im Schwergewichtpreis, Iron Mike Griffin! Ohne, komm bitte! Sie steht dir gut! Bitte setz sie für mich auf. Ich weiß, bei wem sie gut aussieht. Bei wem? Das ist nur die Spitze des Eisbergs, der auf uns zukommt. Mike, Gerald Tyson aus Brooklyn, New York, hat eine Geisteshaltung gewiesen, die uns alle mit Sie ist meine Königin. Königin für einen Tag? Wie viel? Wie viel? Ich bin der Mann, der an Amerika graut, der die Grundidee des Ops-Sport aufrechterhält. Die Athleten der Schwergewicht sind in der Freitagsmission verfassbar ist bisher. Wie viel? 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 Wenn ich die individuelle Tiere bin, die Autohinheit garante ausprobiert. Musik Siehst du, schon haben sie sie erwischt. Sie muss lernen, wie sie ihnen entkommen. Machst du Witze? Dafür lebt sie. Oh, ich muss Camille anrufen. Hallo? Hallo. Michael, wo warst du so lange? Was meinst du damit, Mar? Ich habe geheiratet. Geheiratet? Oh, Michael. Ja, ja. Weißt du, wir mussten es geheim halten. Wir waren ein bisschen in Zeitnot. Und Robin ist schwanger. Sie sagt, sie ist schon ungefähr im dritten Monat. Michael. Ach, was hast du, Mar? Du sollst dich für mich freuen. Das tue ich, Michael. Das tue ich wirklich. Es ist nur etwas... Was ist? Mike, ich bin's, Bill. Hey, Bill, rat mal, was passiert ist. Ich habe es gehört. Ich gratuliere dir. Es ist großartig. Mike, ich habe eine schlechte Nachricht. Jimmy ist gestorben. Seine Leukämie ist Sieger geblieben. Es tut mir leid, Mike. Was? Was ist passiert? Jimmy ist gestorben. Großer Gott. Dazu, er wird in Kalifornien beherrscht. Und wir werden Freitag hinfliegen. Also, sie stürmt in mein Büro und schreit, ich bin Mrs. Mike Tyson und ich übernehme die Geschäfte meines Mannes. Nicht, oh Gott, Bill, tut mir leid, dass dein Freund und Partner der letzten 20 Jahre gestorben ist. Aber nein, stattdessen stürzt sie einfach nur rein und schreibt, ich möchte Mikes Vertrag sehen. Bill, wer ist da? Ist das die Limousine für Mike Tyson? Entschuldigt bitte, Entschuldigung. Hören Sie zu Mr. Kings Leuten? Mr. King? Spinnen die Eile jetzt schon um uns herum? Einfach wunderbar. Das gibt's nur in Amerika. Siehst du, Catons Gesichtsausdruck. Geschmackvoll gerahmt würde er gut über meinem Kamin aussehen. Oh Gott, wer hat denn dem bloß eingeladen? Mike, Mike, mein tiefstes Blickgefühl. Bill. John. Oh, Lorraine. Jim und ich saßen selten auf derselben Seite des Verhandlungstisches, aber ich habe ihn immer respektiert. Ich habe seine Freundschaft immer geschätzt und er, er wird mir fehlen, sehr fehlen. Danke. Hallo, Mr. King. Von der Flotte von Limousinen abgeholt werden muss. Leute wissen einfach nicht, wie man einen Weltmeister behandelt. Was ich Ali gemanagt habe, musste er nie am Flughafen warten. Nie. Hey, Bruder. Wir haben genug Platz. Warum fährst du nicht einfach mit uns? Let's move'n. Let's move'n. Come. 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 Du glaubst doch nicht, dass Big Don dafür gesorgt hat, dass sich unser Wagen verspätet? Die Haie sind unübersehbar schon da. Weißt du, du hattest großes Glück, Jimmy als Manager zu haben. Er war genau die Art Vaterfigur, die du gebraucht hast. Weißt du, so ganz am Anfang, meine ich. Er war ein guter Mann. Oh, ein verdammt guter. Ist ein schöner Anzug, Bruder. Ja, wirklich schön, Bruder. Ja. Sag mir eins, Mike. Traust du kletten? Kletten? Kletten. Hab ich Kletten gesagt? Ich hab Kletten gemeint. Aber an der Frage ändert das nichts. Traust du ihm? Ich denk schon, ja. Wie hoch ist sein Anteil? Hoffentlich stört es dich nicht, dass ich so direkt bin. 30 Prozent. Also das ist fehl. Nein, nicht 13. 30. 30. Ja. Und Keten arrangiert den Kampf gegen Spinks als nächstes. Für dich ist das richtig? Was würdest du sagen, Mike, wenn ich dir anbieten würde, für dich fünf Kämpfe, fünf leichte Kämpfe, für je fünf Millionen Dollar zu arrangieren, wenn du für mich kämpfen würdest, anstatt für Kletten? Ich meine Kämpfe. Ich sag Ihnen was. Ich denk drüber nach. Tu das, Mike. Denk in Ruhe nach. Lass dir viel Zeit. Was wollte King von dir? Was er immer will. Er hat mir fünf Kämpfe für je fünf Millionen geboten, wenn ich auf den Spinks-Kampf verzichte. Was hast du ihm gesagt? Ich hab ihn gefragt, warum ich fünfmal kämpfen soll, wenn ich für einen leichten Kampf dasselbe kriege. Fand er das lustig? Ja, dann gehen. Ich hab ihn gefragt, warum er das nicht so gut ist. Ich hab ihn gesagt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Alles klar, Mike. Weißt du, wie viel ich schon begraben habe? Jimmy, Cass, meine Mutter. Alle Menschen, denen ich vertraut habe, liegen da unten. Es war alles so anders, bevor ich Geld hatte. Jetzt kann ich keinem mehr trauen. Du trausten Bill nicht? Ich weiß nicht, ich habe so einiges gehört. Robin? Ich liebe Robin von ganzem Herzen, aber... Liebe und Vertrauen sind zweierlei. Verstehst du das? Von der Welt der Sitcoms in ein Leben ungeahnbar Träume. Robin Gibbons wurde zur neuen Königin des Weltmeisters in Schwergewicht, Mike Tyson. Hier sehen wir das junge Paar in ihrem neuen 4,6 Millionen Dollar Palast, den Mike in Bernardsville, New Jersey, gekauft hat. Man hat mir erzählt, dass Bill Caten einem unserer Freunde 50.000 Dollar zahlen wollte, um unsere Ehe zu sabotieren. Im Boxgeschäft sind die Menschen größere Betrüger als die, mit denen ich aufgewachsen bin. King verkauft Robin Lügen und ich bedauere sehr, dass sie ihm glaubt. Also ich verstehe, Ruth. Sie sagt, dass sie um das Leben ihrer Tochter fürchtet, weil sie die naheliegende Frage zu stellen wagte, wo ist das Geld geblieben? Wenn nur 50 Millionen auf Mike's Konto sind, das aber rund 70 Millionen sein müssten, dann gibt es ein Problem. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Robin Gibbons eindeutig das Beste ist, was Mike Tyson wieder fragen konnte. Scheiß da, verfluchtes Drecksstück! Wir haben Mike noch drei Jahre unter Vertrag. Wenn King, Gibbons und Ruth Roper versuchen, ihn zu brechen, gehe ich bis zum obersten Geld. Bill Caten ist ein größenwahnsinniger Irrer, der sich für den Herrscher des Universums hält. Niemand herrscht über Mike Tyson, denn ich bin der Boss. Bill Caten ist mein Manager, Don King mein Promoter. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hab Biggs und Holmes vernichtet, aber wenn's mir zu viel wird, wissen Sie, dann mach ich der ganzen Sache ein Ende. Dann lass ich mich mal K.O. schlagen. Dann ist alles aus. Caten's Vertrag mit Tyson ist ein Sklavenvertrag. Er betrachtet ihn als seinen Besitz, als Negersklaven. Heute, 1988, als schrieben wir das Jahr 1849. Ich bin nicht gegen Weiße, ich bin für Schwarze. King, Ungarn, Tyson mit der Theorie der Schwarze zusammenhalten sollten. Schwarzer Manager, Schwarzer Trainer, Schwarzer Promoter, Schwarz, Schwarz, Schwarz. Ich bin der beste Boxer der Welt. Niemand kann mich schlagen. Mike Tyson ist unser Ritter in strahlender Rüstung. Jeden Schlag, mit dem er trifft, schlägt er für die zahlreichen Diskriminierten unter uns. Die Unterdrückten, die Unterprivilegierten, für alle, die unter der Rassentrennung leiden. Die Leute wollen nur mit mir befreundet sein, um mir mein Geld zu stehlen. Wissen Sie, alle halten die Hand auf. Wie kam es dazu, dass eine Frau, die auf die Sarah Lawrence Schule ging und in Harvard Medizin studiert hat, sich in einen Burschen verliebt hat, der nur die Schule der harten Fäuste kennt? Also, das möchte ich selbst gar mal wissen. Aber ich denke, wir haben so einiges gemeint. Tradition. Traditionsbewusste Familien. Und irgendwie lieben wir uns alle. Traditionsbewusste Familien. Also wirklich Liebe. Was soll die Scheiße? Das klingt skeptisch dann. Skeptisch? Ah, ich bin skeptischer, als es Rotkäppchen beim Wolf war. Und ich weiß ganz bestimmt, dass sie niemals Medizin studiert hat. Nicht in Harvard noch sonst irgendwas. Genauso sicher weiß ich, dass sie niemals bei der Fort-Agentur als Topmodel gearbeitet hat, wie sie so oft und gern allen erzählt hat. Also, ich hab gehört, dass sie im fünften Monat schwanger ist. Was denn? Im fünften Monat schwanger? Man munkelt, dass sie im dritten Monat schwanger war, als Ruth die beiden zwang zu heiraten. Oh, Karl. Diese Dame da unten entpuppt sich immer mehr als eiskalter Engel. Also, das ist doch absurd. Das ist abschäulich. Es ist ein schamloser Affront gegen den letzten Funken von Respekt, den es in unserem schmutzigen Beruf noch gibt. Wir sprechen hier über Michael Spinks gegen Mike Tyson. Eine Veranstaltung, die mit Sicherheit über 70 Millionen Dollar einbringen wird. Und Sie bieten mir, dem Promoter, lumpige drei Millionen an. Nein, tut mir leid. Dieser geradezu peinliche Hungerlohn, den Sie Ihr letztes Angebot nennen, ist nicht nur unakzeptabel, sondern absolut unmoralisch. Es ist wirklich mein letztes Angebot. Nehmen Sie es an oder vergessen Sie es. Hör. Jeder in diesem Raum hier weiß, dass es allgemein üblich ist, dass der Promoter 30 Prozent kriegt. Nicht diesen 3, irgendwas Blödsinn, der hier... Wer ist denn der Promoter? Die Kabel- und Auslandsrechte sind bereits geklärt, die Preisgelder verhandelt. Alle Pachtgebühren bezahlt. Der Promoter, so wie wir ihn kennen, ist überholt. Die Wahrheit ist, wir brauchen Sie hier gar nicht. Die Wahrheit ist, Sie sind ein erfahrener Geschäftsmann. Und erfahrene Geschäftsmänner laufen nicht herum und werfen einfach drei Millionen Dollar ohne Grund zum Fenster raus. Vielleicht habe ich Mitleid mit Ihnen. Aber vielleicht haben Sie auch nur Angst, dass Ihr Champion das Ganze durchschaut und irgendwann für mich arbeitet. Drei Millionen. Akzeptieren Sie es oder vergessen Sie es. Robin! Michael! Michael, ich bin hier oben. Oh, Michael. Michael, Gott sei Dank, dass du da bist. Komm her. Sei stark. Ich habe neulich abends gesehen, wie Don King Donald Trump die Hand geschüttelt hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass King und Trump machen ein Geschäft, kein Anschlag? Wir brauchen doch ein Gott. Hört sich das mal an. Bei uns geht es nur um Kleingeld. Hey, Kevin! Ist es nicht ein bisschen eigenartig, dass ein Champion nicht mehr ins Trainingslager kommt? Überhaupt nicht. Das passiert immer wieder. Na ja, da sollte mal jemand Spings erzählen. Der trainiert sich den Arsch ab. Hast du ein paar Damen? Kümmer dich um deinen Lager. Ich weiß genau, du hast welche auf der Hand. Hey, sieh doch mal, wer da kommt, Kevin. Da kommt ein Junge. Hey, Mike, was sagst du zu Spings Kommentar gestern? 21 Millionen. Okay, wie willst du Spings doch nichts schenken, oder? Also, man glaubt's ja, Kahn. Wer kommt denn da angekrocken? Ich hoffe, du bist hier, um zu trainieren. Wenn wir nicht, vergeudest du bloß unsere Zeit. Komm schon, Mike. Komm, lass. Komm jetzt mal, zeig uns ein bisschen was. Lass sie mal ein bisschen leer jetzt haben. Das reicht. Weiter, das reicht noch lange nicht, Mike. Es reicht erst, wenn ich es sage. Eps, mach verdammt noch mal weiter. Hey, Mann, wir werden uns morgen wieder aufholen. Verfluchte Scheiße, morgen du bleibst im Ring, bis du diese dicken Fettpolster alle abgespeckt hast. Na los, mach schon. Mike, was zum Teufel soll das? Hör mal, Kenneth. Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, mit Mike so umzugehen. Und warum nicht, hoher Berater? Hör zu, das hat ein Scheißdreck mit dir und mir zu tun, verstehst du? Robin hatte eine Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt, verstehe. Ja. Du kennst Mike besser als irgendjemand sonst. Er ist sehr sensibel und ich glaube, es ist besser für uns alle, wenn du es erst mal wieder langsam angehen lässt. Ist klar. Natürlich. Danke, Rory. Du bist ein guter Junge. Ja. Mike, geh verdammt noch mal in den Ring. Was zum Teufel noch mal ist los mit dir? Mach verpiss, du ekliger Blutsauger. Du kannst mich mal. Mike geht's beschissen. Du müsstest dir das eigentlich am besten vorstellen können. Ach ja? Willst du mir was über Sensibilität erzählen, du guter Mensch mit mindestens 250.000 im Jahr? Mann, ich arbeite hart für mein Geld. Und ich bin sein Freund und er tut mir aufrichtig leid. Und das sollte dir, miesem Arsch, genauso gehen. Oh ja, mir tut's leid. Mir tut leid, dass ich der Einzige bin, der den Mumm hat, ihm zu sagen, dass Robin ungefähr so schwanger war wie ich jetzt. Zum Teufel mit dir. Ja, zum Teufel, zum Teufel mit mir, weil ich sage, was jeder im Land weiß, dass er beschissen wird von einer diebischen Lügnerin und ihrer Mami, diesem Luder. Mann, du. Den wirst du nicht brauchen. Du hast den Weißen gehört. Und wenn Weißer sagt, schwing, sagt der Nigger, wie hoch? Und wenn Weißer sagt, kämpf, sagt der Nigger, wie lange? Und wenn Weißer sagt, bis zum Tod, Nigger, sagt der Nigger, oh ja, Sir Massa. Komm schon, du Arsch. Los, mach deinen Job, schlapp mich. Oh, ist der Rühr. Hör mal, du Arsch, du hast nichts drauf. Los, weiter. Mann, du bist doch scheiße. Tu wenigstens so, als hättest du ein bisschen Kraftschlag zu. Das war ja fast ein K.O. Du hast noch eine Chance, du Blödmann, noch eine. Ach komm, Mann, das ist doch idiotisch. Rooney, was soll denn dieser Mistmann? Hörst du mich, Mann? Ist alles in Ordnung? Du. Komm schon, steig in den Ring, du Arschloch. Komm schon. Du hast zehn Sekunden, um mich K.O. zu schlagen. Na los. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ach schon, du Idiot. Acht. Schlag mich lieber tot. Sonst werde ich's nämlich mit dir tun. Neun. Zehn. Hast du den Verstand verloren? Mensch, Mike, was zum Teufel machst du denn? Wir müssen Hilfe holen. Himmel. Komm her, du Weichling. Nein, danke. Vielen Dank, mein Freund. Sieh mal an, in 1500 die Woche, Weichling. Behalt dein Kleingeld, Tyson. Ich will doch gar nicht beweisen. Der ist ja total durchgedreht. Sehr schön, dass er jetzt ist. Überraschend, wenn du mich bist. Arbeit, ja. Also, ich würde auch gern mal mit dem Kerl fighten. Komm. Oh, Respekt. Ladies, wirklich hinweisen, muss ich sagen. Mr. Winston hat die Papiere. Ladies. Mr. Winston. Bringen wir's hinter uns. Ist gut, Sir. Das ist für Sie. Danke. Und weiter? So wie geplant war, Herr Zara. Die haben mich gefeuert. Mike Tyson vorab keinen geringeren heraus, als den Mann, der seine Überliegenheit im Schwergericht überzeugend bewiesen hat. Michael Spitz. Bei diesen Kampf zu einem so faszinierenden Erlebnismacht ist der Umstand, dass Michael Spitz ein Siegertyp ist. Der weiß, wie man gewinnt. Die Frage ist nur, ob er den wesentlich jüngeren und stärkeren Gegner schlagen kann. Viel wird von der Qualition abhängen. Manche glauben, dass Tyson Spinks einfach umhauen wird. Andere halten Spinks für eine ernstzunehmende Konkurrenz für Tyson. Michael Spinks steigt als Erster in den Ring. 13,5 Millionen Dollar sind Spinks garantiert. Deilig. Der eine Olympische Goldmedaille gewonnen wird und noch nie an dem Köpfenkampf verloren hat. Tyson wird allerdings noch mehr Geld verdienen, wenn er weiterhin als Kreditor zur Ungeschlagenheit wird. als Kreditor zur Ungeschlagenheit wird. Das ist gut, Junge! Das ist gut, Junge! Ladies and Gentlemen, nun die Hauptattraktion des heutigen Abends, der Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht aller Box-Babendia. Es steht sich gegenüber in der blauen Ecke aus Philadelphia, Pennsylvania, mit einem Schwergewicht von 212,25 Pfund, mit einem Kampfrekord von 31 Siegen, davon 21 K.O.s und keiner Niederlage. Er war Gewinner der Olympischen Goldmedaille und er hat von vielen Boxfans, wie auch vom Ring Magazine, bereits als zukünftiger Schwergewichts-Weltmeister gefeiert. Ladies and Gentlemen, hier ist Michael Spitz. Und in der roten Ecke sein Gegner aus dem Team des großen verstorbenen Castamato aus Ketzkel, New York. Sein Gewicht, 218,25 Pfund, sein Kampfrekord, 34 Siege, davon 30 K.O.s und keine Niederlage. Er ist der ungeschlagene von allen Boxverbänden anerkannte Weltmeister im Schwergewicht, Iron Mike Tyson. Okay, Sir, ich habe Ihnen geregelt, da gab es wohl Werkt her. Irgendwelche Fragen? Anschlag? Viel Glück für euch beide. Denk an Kass und Jimmy. Hast du gehört? Du schaffst es. Ist jetzt der Mundschutz? Okay. Okay, break. Okay, Mike, vorsicht mit dem Endbogen. Die Team, die Team! Die Team! Okay, break. Nicht klammern. Box! Ja, weiter, weiter! Bleib dran, Mike! Okay, Mike, zurück in die Ecke. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles in Ordnung, Michael? Dann Box! Box! Du hast es geschafft! Klasse! Große Klasse! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Das ist mein Junge! Die haben nicht gefeuert. Die geben dir den Laufpass. Don King ist der neue Manager. Die haben nicht gefeuert. Sie hat gesagt, dass sie nicht mag, dass ich Boxer bin. Aber ansonsten hat sie mich wahnsinnig geliebt. Was haben Sie sich erhofft von Robin? Ganz am Anfang, da dachte ich... Bitte sag sowas nicht im Fernsehen. Das verstehe ich gut. Wie ist es weitergegangen, dieses unstete Leben, dieses ständige Auf und Ab? Es war eine Qual, Barbara. Es war die reinste Hölle. Es war schlimmer als alles, was ich mir je vorgestellt hatte. Jeder Tag war wie eine Schlacht, ein ständiger Kampf. Mit wem? Mit Managern, mit Familienmitgliedern, mit... Man kann nur versuchen, seine Würde nicht zu verlieren. Ich hab nie gedacht, dass ich sowas mal ertragen muss. Michael ist manisch-depressiv. Das ist nun einmal eine Tatsache. Und mit ihm zu leben war schlimmer als der schlimmste Albtraum. Den haben Sie unter Drogen gesetzt. Seht euch den Mann an. Ich glaube, ich verstehe zum ersten Mal die Not unter Druck der Frauen. Was glaubst du, Pop? Haben Sie Mike wirklich unter Drogen gesetzt? Warum lieben Sie ihn dann? Weil es eine Seite von Michael gibt, die die meisten nicht kennen. Eine Seite, die ich am Anfang selbst nicht kannte. Eine unglaublich sanfte Seite. Und ich weiß, Michael liebt nicht. Mehr als alles auf der Welt. Und ich hab das Gefühl, dass er mich braucht. Was? Wiederum ich brauche. Möchten Sie, dass er weiter boxt? Ich möchte... Zusammen mit Mike Tyson... den Rest meines Lebens verbringen. Und kleine Tysons haben. Das möchte ich wirklich. Aber... Das kann nur passieren, wenn Mike Hilfe akzeptiert. Und wenn er das nicht tut? Werden Sie dann bleiben? Nein. Wahnsinn. Verdammt, der sitzt ja wie eine Marionette da. Brüder, der Herr verwendet häufig höchst seltsame Mittel, um seine Wunder zu vollbringen. Hast du neulich das Interview mit denen gesehen? Äh, hab ich verpasst. Ich sag dir nur eins. Danach überrascht mich dieser Anruf kein Wissen. Hast du denn ein paar Geschirr untertufen? Und was war mit diesem Trump, hä? Hör verdammt noch meine dolle Trump auf! Ich hab mit dem Kerl niemals gehabt! Ach, leck mich doch! Äh, Mem, haben Sie angerufen? Wo sind Sie so lange gewesen? Ein Wunder, dass wir noch leben! Hier, was die Halt geklaut, du Schlampe! Sir? Die verdammte Polizei, seid ihr was? Was zum Teufel wollt ihr? Und wurde ein lauter Streit gemeldet. Es gibt keinen Streit, die beiden sind einfach nur verdammte Schlampen. Leck mich am Arsch! Es sieht so aus, Sir, als würden Sie sich ein bisschen gehen lassen. Schlampe, das ist mein verdammtes Haus! Ich kann nicht machen, was ich will! Was zum Teufel macht ihr da? Der ist doch frei! Was habt ihr getan? Verschwindet bloß von hier! Sie dürfen Ihre Frau nicht bedrohen! Eben Sie doch keine Scheiße! Ich hab sie nicht angefasst! Oh, doch, das schaffst du! Verschwinden Sie endlich! Das wollen Polizisten sein! Hier hat niemand gegen ein Gesetz verstoßen, also hauen Sie endlich von meinem Grundstück ab! Mr. Tyson, wir können nicht gehen, will ich nicht... Lass mich in Ruhe, verdammt! So erreichen Sie nichts bei dem Kerl! Nehmen Sie ihn mit und bringen Sie ihn in der Gitter! Er hat sich geschlagen! Er ruht sich ganz ruhig! Nein, tun Sie mal! Nein, nein! Wir sehen Ihnen, was er macht! Tun Sie doch, was Sie haben! Stehen Sie mal! Lass mich verdammt noch mal durch! Du bist hier verrückt! Lass mich zufrieden, ihr Vollidioten! Ihr macht mich alle krank! Sie lassen hier einfach so gehen! Besonders nur, du Miststück! Er muss sehr böse Worte zu ihr gesagt haben, wenn sie wirklich so sauer auf ihn ist! Er muss erkannt geben, Robin beantragt die Scheidung! Du weißt, warum Sie die Scheidung in Kalifornien einreichen! Mit dem Zusammensein heißt ständig in Angst zu leben! Das ist eine Zeitbombe! Dieser Mann droht damit, seine Frau umzubringen! Er ist kein gewöhnlicher Mann, sondern er ist einer der bösartigsten Menschen auf unserem Planeten! Na toll, ja! Mann, die Japaner lieben Mike Tyson! Wann? Ah, im Februar, Mike! Was ist mit Februar? Ja, Februar ist gut! Gegen wen? Was macht das für einen Unterschied gegen wen? Sag Ihnen, er würde gegen Hogen kämpfen! Diese Japaner würden für alles Karten kaufen! Einmal hat Mike mir einen Kopf geschlagen! Ja, da ist es doch in Japan! Mit geschlossener Faust! Er weiß, wie man und wohin man schlagen muss! Ohne, dass eine Verletzung sichtbar wird! Buster Douglas! Ja, ja, ich weiß, was ich über diesen Kerl gesagt habe! Ich glaube nur nicht, dass die Menschen gutes Geld zahlen, um zu sehen, wie Mike diesen Buster abschlachtet! Was macht Buster eigentlich zurzeit? Wo steckt er? Oh, Mike! Buster arbeitet jetzt als Teppichhändler! Welcher Kevin Rooney? Oh, Mann, Kevin Rooney ist weg vom Fenster! Hm, warum? Wegen zwei Millionen Dollar pro Kampf, deswegen! Wenn es dann ganz schlimm wurde mit seinen Depressionen, ging Michael runter an die Bar und fing an, Wodka zu trinken! Ein Glas nach dem anderen, als wäre es Wasser! Dann kam er ins Zimmer zurück! Also gut, ich melde mich dann wieder bei dir! Er nahm sich eine Handvoll Tabletten und schloss sich im Badezimmer ein und sagte, dass er vorhätte, sich umzubringen! Mike, nur mal für die Zukunft! Du darfst nie, unter keinen Umständen, zu einer farbigen Frau böse Worte sagen! Er warf mir vor, ich würde ihn ausnutzen! Was machst du denn hier bei uns in Halle? Na ja, ich bin hergekommen, um mal zu sehen, wie die Schwarzen leben. Also, ich bin ja selbst schwarz, aber viele wissen das nicht. Mike, Baby, kriege ich ein Autogramm? Ja, Baby, war zum Tipp! Hey, Mike! Siehst toll aus, ich kapier bloß nicht, dass dein Mann dich rausgelassen hat. Ich hab gar keinen! Damit können wir uns später leintreffen? Wo ist dieser stotternde blöd Mann? Oh, wer ist denn das, der blöde Green? Zieh dir mal den Arsch an! Oh, hast du endlich die Schnauze voll, davon Pantoffel hell zu sein? Oh, mein Schatz, hier mein Schatz, ich mach alles für dich! Mamas Liebling macht alles! Also, du bist und bleibst ein armer, bemitleidenswerter Pisser! Soll ich dir nochmal den Arsch versohlen? Quatsch nicht, du hast mich überhaupt nicht geschlagen, nur mickriger Arschkriecher, das weiß jeder, der uns im Fernsehen gesehen hat! Ich hab dir aus deinen ungewaschenen Haaren die Pomade rausgehauen! Guter Witz, aber weißt du eigentlich, wo Robin im Moment ist? Ich sag dir, wo sie jetzt ist, sie ist bei mir zu Hause, splitternackt und putzt Gemüse! Wie gefällt dir das? Sie mag's gern von hinten! Ist der verrückt? Ich würd' mir sowas nicht gefallen lassen! Holst du einfach den, Mike? Hey! Wer hat die hübschere Muschi, Mike? Du oder Robin? Pass auf, du Arsch! Ja, Mike! Du gewinnst gegen niemanden, du Arsch! Mike! Hey, Mike, warte! Ich kann dich gar nicht glauben, du hättest dich zugeschlagen! Hey, Mike, warte noch ein bisschen! Hey! 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 Wie war's! Musik 40 zu 1. Gibt's E-Gamers, was Sie wissen, aber die Brückmacher noch nicht? Tja, wissen Sie, man sollte Willenskraft nicht unterschätzen. Mike ist ein großer Boxer. Ich hoffe einfach, dass ich mich behaupten kann. Seht euch das an! Er versucht's mit Schuhfallstreifern. Das funktioniert nicht, Mike! Komm schon! Mach' ihn fertig, Mike! Rick! Rick! Nicht klammern! Auseinander! Auseinander, sag' ich! Rick! Ich glaube, er hat in diesem Kampf schon mehr eingesteckt, als in all seine bisherigen Kämpfe zusammen. Douglas führt klar nach Punkten. Wie hätte je geglaubt, dass so eine Situation auftreten würde? Rick! Nicht klammern! Oh, das ist da nicht im Autobus! Hab' ich hier noch nie gesehen. Ich hab' es hier noch nie gesehen. Auseinander! Bops! Ja! 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 Nein, der Kampf ist vorbei, er ist vorbei. Was zum Teufel soll denn das sein? So eine Art jemanden auszuzählen, habe ich noch nie erlebt. Der Kampf geht in die Boxgeschichte ein. Der war ja garantiert 15 Sekunden am Boden. Sehr gut. Woher kommt denn dieser Ringrichter? So was gibt's doch nicht. Der schafft es doch, dass mein Mann verliert. Der war länger als 10 Sekunden am Boden. Das ist ja eng. Scheiße, das waren fast 20. Das klingt nicht schwer. Hast du sowas da drin? Ich weiß nicht. Er braucht Mittel gegen Schwellung. Was haben wir nicht? Dann gib mir den Lass. Er braucht einen Eisbeutel, Sieh. Eine Sekunde. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht Komm schon, nicht von dem Mann! Komm schon, nicht von dem Mann! Nach diesem vernichtenden Schlag ist Tyson nicht mehr in der Lage. Der Hocker, gib mir den verdammten Hocker. Wo ist der Hocker? Na los! Gib mir den verdammten Hocker! Eis! Verdammt noch mal Eis! Wir haben da eins! Dann greif was auf, das verdammte Auge schließt sich! Brauche ich mir ein bisschen Vaseline auf dieses Auge! Andere Creme! Warum denn das? Ich bin in der Lage schliegen Vaseline! Oh Scheiße! Hast du was anderes da? Scheiße! Oh Scheiße! Verflucht! 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 Ja! 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 Tysons Auge ist inzwischen völlig geschlossen! Er sieht dunkler Schläge nicht mehr und er landet jede Menge davon am Kopf des Jabs! Es wurde behauptet, der einzige Mann, der Mike Tyson schlagen könnte, sei Mike Tyson selbst! Im Augenblick hilft ihm seine Herausforderer dabei! Bewegt dich, Mikey! Ich muss dich bewiesen! Oh! 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 Zit! 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 Lebe schnell und wild, stirb jung. Wird Mike Tyson nach diesem K.O. jemals wieder auf die Beine kommen? K.O. jemals wieder auf die Beine kommen. Und das wissen Sie genau. Weißt du nicht mal, wie man so eine Bandage aufschneidet? Befreie ihn endlich davon. Ich werde die Sache in Ordnung bringen, Mike. Und du weißt, ich tue immer, was ich sage. Ja, das weiß ich wirklich. Du kriegst den Titel wieder zurück. Entweder revidieren die ihre Entscheidung oder... Ich habe es heute Abend nicht gebracht. Totaler Unsinn. Du hast den Kampf gewonnen, Mike. Hattest du dich auf dem Rücken, Merk? Der Kampf war längst vorbei. Ich habe verloren. Herrgott, nochmal, Mike. Ich will so ein Gerede nicht hören. So ein verdammtes Gewinsel. Du hast nicht verloren. Das werde ich beweisen. Und du? Wirst du mir nicht in den Rücken fallen. Bestimmt nicht. Hast du mich verstanden? Okay, dann. Ich weiß, was du meinst. Ich habe nicht verloren. Ich gehe jetzt zur Raubtiefütterung. Hört mal, Leute. Ihr kriegt die ungeschwinkte Waren. Oder bloß wein. Ach, die in Waren. Willst du irgendwas? Ich will nach Hause, Rory. Musik Wer hat mein Eis aufgegessen? Lass dich nie dabei erwischen, Junge. Musik Ich möchte mich auf die 37 Stunden konfrontieren. Musik 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 Ich habe gehört, dass... Was wollen Sie eigentlich wissen? Mr. Tyson, was taten Sie, als Sie im Omni-Hotel angekommen sind? Wie geht's Ihnen, Mann? Schön, Sie zu sehen. Charlie Neal. Mike Charlie Neal. Hallo. Charlie Neal. Und John Gill. Hey, Mann, ich mag Ihre Musik. Ja, Mann, also, wann können wir denn diese Schönheiten bewundern? Tja, erst mal müssen Sie das Plumotate für mich machen. Ich weiß nicht, ich fände es andersrum besser. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und drehen. Kommt schon, geht es. Schön konzentrieren. Wie habe ich denn hier gezeigt? Oh, das ist alles wichtig. Jetzt habe ich Probleme. Miss Washington, beschreiben Sie die Reaktionen der Teilnehmerin, als Mike den Raum betreten hat. Wir waren alle sehr aufgeregt. Habe ich richtig verstanden, dass Mr. Tyson irgendwann konkret gebeten wurde, an der Probe teilzunehmen? Ja. Verstehe ich es ebenfalls richtig, dass er Sie zu einem gewissen Zeitpunkt umarmte und Sie fragte, ob Sie Lust hätten, an dem Abend mit ihm auszugehen. Ja. Und Sie waren ihm nie zuvor begegnet? Nein. Wir wollten uns gerade schlafen legen, als das Telefon klingelte. Hallo? Hey, ist der Serena? Ja, darf ich fragen, wer dran ist? Sagen Sie ja Mike. Moment. Irgendso ein Mike? Hallo? Hey, ich bin's, Mike. Mike Tyson? Ja, wir haben uns bei der Probe kennengelernt. Das ist Mike Tyson, kommt hier, er ist am Telefon. Hi. Wie ist es so gelaufen? Gut. Hättest du nicht Lust runterzunehmen? Geh mal weg, lass mich auch mal raus. Warte eine Sekunde. Schst. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Mir geht's gut. Was geht's? Ich wollte noch fragen, ob du Lust hast, mit mir auf eine Party zu gehen. Heute Nacht? Ist es nicht ein bisschen spät für eine Party? Sind noch eine Menge berühmte Leute da. Oh, ich weiß nicht. Wie wär's mit morgen? Können wir nicht dann ausgehen? Nein, das würde ich ja gerne, aber morgen muss ich wieder abreißen. Komm doch jetzt runter, das wird bestimmt sehr lustig. Guten Abend. Mh, hübsches Kleid. Danke. Nett, dass du das hast. Mr. Tyson, nachdem Miss Washington in den Wagen gestiegen war, was taten Sie dann? Ich hab Sie geküsst. Und wie hat sie reagiert? Sie hat mich geküsst. Ist da die Party? Nein, ich muss nur noch meinen Leibwächter abholen. Oh, Mike Tyson braucht einen Leibwächter? Ja, genau. Woher kommst du nochmal? Ich komme aus Rhode Island. Ich dachte, wir würden nur nach oben gehen, um seinen Leibwächter abzuholen, bevor wir zu dieser Party mit all diesen berühmten Leuten fahren sollten. Als Sie aus dem Fahrstuhl kamen, wohin sind Sie dann mit Mike gegangen? Wir sind den Flur entlang zu seinem Zimmer gegangen. Hast du irgendwelche Haustiere? Ich hab Tauben. Ja, und wie viele hast du? Ich weiß nicht, vielleicht 200? 200? Wirklich? Das ist ja süß. Ich hab einen kleinen Hund. Aha. Wir bleiben nur eine Sekunde. Komm rein. Was ist der Unterschied zwischen dem Helden und dem Feigling? Es gibt keinen Unterschied. Im Grunde sind beide genau gleich. Beide haben davor Angst zu sterben oder verletzt zu werden. Aber was der Held tut, macht ihn zum Helden. Was der andere nicht tut, macht ihn zum Feigling. Noch nicht trafen, was der andere nicht so viel, äh. Auch das ist verletzt, macht ihn zum Feigling. Auch bei der Frauen Kennen. Für die Männer auch kein Erschung. Auch bei der Frauen und der Frauen-lückse. Auch bei der Frauen-lückse. Mit der Frauen-lückse. Und der Frauen-lückse. Das ist ja sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020